Er sagte, links oben vom Grapple-Raum in Norfair. Und der Grapple-Raum ist für mich der Raum, in dem ich den Grapple-Beam bekommen habe. Und das war der hier. Dieser Raum. Und das passt auch, weil hier ist schön frei. Hier ist noch frei, aber... Wie komme ich dort hin? Hm. Ich lasse den Raum mal noch aus. Also in Säurebaden unterlasse ich, wenn es geht. Hier habe ich noch einen kleinen Schnipselraum. Theoretisch unter mir. Ne, habe ich nicht. Hm. Tja, warten wir halt hier. Ja, da war ich schon. Das habe ich schon untersucht. Das ist nichts. Habe ich ja gestern Abend noch gerade geschaut beim Vorbeikommen, ne? So ein Mist. Lass mich raus. Raus, 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 raus. Nein, nicht wieder rein. Hopp, 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 hopp. Ah, fast. Fast so schön durchgekommen. Schade, schade. Ja, überall blinkt. Mach das, wäre es wichtig. Aber jetzt kommt mir etwas verarscht vor davon. Bäh. Ruhig, ruhig, ruhig. Nein, ich will... Da rein. Mach mal langsam. So. Alles Säure-Räume. Alle... Oha, Säure mit Stacheln. Ich werd's ja nicht schlau daraus. Säure mit Stacheln. Es wird Säure allein nicht ausreichen. Ne. Hier, hier, hier könnt's rechts lang gehen. Es passt perfekt. Es wär alles super. Es wär absolut meine Lösung. Hier irgendwo. Hallo. Zum Beispiel. Bumm, dich mein ich. Ich glaub, ich hätt's dann gefunden, oder? Und da ist auch Lava. Das kommt alles hin. Ach nee. Hm. Hm. So halb, aber... Nicht ganz. Ist kein Volltreffer, leider. Schade. Tja, jetzt hab ich den Weg wieder getroffen, aber... Jetzt weiß ich trotzdem nicht, wie ich links oberhalb vom Grappler-Raum... Ich lese mal nochmal nach, wie der genau geschrieben hat. So, ich darf zitieren. Bezüglich den Statuen. Zitat. Also, eigentlich müssten sie eingezeichnet sein. Die, die ihr fehlt, ist links über dem Grappler-Beam-Raum. Also, auf der Karte halt. In der Lava, falls du ihn nicht gefunden hast. Ey. Nee. Wirst du lachen irgendwie. Hab ich nicht. So, also weiß ich nicht, wie ich dorthin kommen soll. Was dort überhaupt ist. Links von mir jetzt theoretisch... Nee, nicht scannen hier. Hier ist nix. Wissen wir schon. Du gehst weg. Hier über mir. Wär halt noch eine Möglichkeit, aber da hab ich grad gescannt. Dort ist nix. Hier überall. Machen wir eine Powerbombe und so. Ja. Bombe. Halt noch. Nö. Das wär eine Möglichkeit gewesen. Nö. Dann, was mir noch einfällt... Ja, ich navigier wieder in den Sackgass, aber ich spule mich nicht mit dem Emu zurück einfach. Ist dort rechts vom Grappler-Raum hier... ...dass dort noch ein Weg nach links in der Wand wär. Was ich aber auch nicht glaub, denn dort bin ich auch schon sieben Millionen Mal vorbei. Ich bin schneller als der Knubbel. Oh, scheiße. Schon wieder Knubbel gesagt. Och, verdammt der Angst. Hier, Geheimgang in der Lava. Irgendwo. Sag ja. Ach, ne. Also, hier am linken Rand. Wird passen, von der Karte her. Seht ihr ja. Ne. Halt mal die Klappe ruhig. Ne. Ne. Oh, ne. Jetzt bin ich eh schon wieder zu hoch. Hier ist es ja eh nicht mehr. Kann ich den mal mit dem Charge-Beam? Bumm. Ne, juckt ja nicht. Tja, also... Von hier aus nach links ist es mir auch nicht möglich. Ich muss jetzt zurückspulen, denn... Genau hier. Seht's ja. Fällt man runter, aber kommt nicht mehr hoch. Deswegen muss ich zurückspulen. Tja. Jetzt kann's noch sein, dass er eben doch den Säure-Raum gemeint hat, anstatt Lava. Kann ich mir ja auch vorstellen, dass man Säure und Lava jetzt hier verwechselt. Ich mein, es ist beides Käsesuppe, die einem weh tut. Hm. Also halte ich das mal auch noch für möglich und schaust mir an. Lava schwimmt. Och, hab ich's vermisst. Oh, yummy, yummy, yummy. Ne. Säure schwimmen. So rum. Jetzt fang ich auch schon so an. Höhöhöh. Aber ich bin dort schon geschwommen. Ich hab ja schon alles aufgedeckt. Sieht man ja. Nein, 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 nein. Ganz ruhig. Ganz langsam. Vielleicht meint er auch nur im Allgemeinen links oberhalb davon jetzt nicht. Exakt links oberhalb davon. So, ich müsste irgendwo in diesem Raum... Ne, das... Ist er das? Ne, der sah nicht. Ne, der sah nicht. Noch weiter rechts. Es müsste am Boden irgendwas Erwähnenswertes geben. Ich geh dort einfach rein und sterb mich dran tot und werd aufgelöst von der Säure. So, machen wir das. Das ist ein Plan, oder? Nein, zu weit. So, Boden abscannen. Boden-Scan-Programm ist gestartet. Nö. 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 Zur nächsten Ebene, bitte. Also hier. Nö. Nö. Hier oben. Nein. Hier unter mir. Nö. Es sieht ja schon alles theoretisch da noch aus. Es könnte dort gut was sein, aber... Das Gena sagt halt, nein. Hier nochmal. Nee. Hier unten auch nicht. Nee. Hier. Hier könnte man so schön aufbomben überall, ne? Wäre nur was dahinter und wäre es überhaupt aufzubomben, ne? So, hier unten haben wir noch... Brauchen... Ja, nah genug rangehen, dass es dann an mir hängt am Ende. Nee. Tja, jetzt sind wir... Am Ende angekommen. Tja, der Raum ist vorbei. Der Raum ist zu Ende. Jetzt bin ich in der Säure geschwommen. Aber nix ist. Also... Ach, ich sprühe zurück, die... Ganze Säurebaderei ist ja eh... Nicht so gesund. Das muss man ja nicht festhalten. So. Gut. Tja. Dann stehe ich jetzt hier und kann nix machen, als sagen... Äh... Ich bin zu dumm, deine Anweisungen richtig zu interpretieren. Es tut mir leid. Bitte noch einmal die Version für etwas noch dümmere Leute als jetzt für mich. Ich schon. Entschuldigung und danke fürs Zusehen. Und bis später hoffentlich weiter. Bye, bye.